Gucken wir es mal hier. Eine Sandmole West. Hat mir nur alles nicht wirklich geholfen. Ich glaube, ich muss wirklich nochmal im Internet, in dem Forum nachlesen, wo die blauen Gems versteckt sind. Außer hier drin ist noch was. Au. Nochmal auf. Das war der falsche Zauber. OS Regeneration. So. So, jetzt kommt gleich der interessante Teil. Wow, wo kommt ihr zwei her? Autsch. 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 Feuerball. Das lief nicht ganz ruhig geplant. Autsch. Aber. r號 TensorFlow. Autsch. 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 Aha. ich hoffe einfach mal dass ich bis dahin schon die ganzen secrets hier geklärt hatte das sehen wir ja gleich ja und auch das hier ganz hinten hatte ich bereits genau haben wir eigentlich noch irgendwelche leichte rüstung die jemand anlegen könnte weil die sind jetzt alle drei richtig alle vier richtig komisch eingekleidet wie gesagt wir machen hier gerade zurzeit komisch fortschritte genau so kommen zum beispiel die beiden her so ok au wirf mal regeneration an so 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 hier sind erst mal zwei crossbow gravels huntsman's cloak evasion dexterity west exit die angriffe haben begonnen die wächter haben unseren widerstand zerschmettert und uns effektiv lebendig begraben die meisten meiner männer sind tot und nun bin ich hier drin gefangen ich kann schreie und geheule hören aber kann nichts dagegen tun ich kann nur hoffen dass sie nicht gegen torums grab finden aber vielleicht sind sie nicht da hätte vielleicht ist das nicht das wo nach dem sie suchen ich habe gesehen wie die wächter leute mitgenommen haben und sich in rauch aufgelöst haben das licht weiß was sie mit ihren gefangenen vorhaben vielleicht ist es gut dass ich hier gefangen bin ja 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 sagt bloß jetzt ist der ganze raum deaktiviert eine lederbrick an dina ist schon mal besser und das ist besser ist das du bleh nur was gibst du jetzt ab was zu schwer ist eigentlich das ding dann bist du aber auch überladen du bist überladen du bist überladen die fackeln abgeben bringt auch nichts das ding wiegt halt schon etwas viel so fürs erste ich glaube ich sortiere mal die ganzen notes aus so spiel ist gespeichert raus aus diesem raum hier das heißt ich habe hier alles geklirrt und könnte wieder nach unten gehen eigentlich der weg nach unten war hier und ich habe zum glück endlich den blauen gem gefunden weil ich habe in einem forum gelesen das muss ich zugeben dass es auf ebene 3 also dieser ebene hier vier gems gibt und ich weiß dass wir nur drei gefunden hatten so die tür hatten wir abgehakt das heißt wir sind hier auf dieser ebene hoffentlich jetzt fertig ich könnte jetzt noch mal die ganze ebene 2 hier absuchen also ja hier war nur der madness teleporter der ist egal pfeil und buch die hatten wir da ist noch ein schiff den ich benutzen kann der mich vielleicht auch da rein bringt kristall schild portion of restoration wie macht man diese portion das ist etwas was ich unbedingt wissen müsste lightning blast firma air magic als schock schaden du bist ein pulsing area of effect kohen ok mhm 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 das problem ist der schiff bringt mich nur wieder raus aber nicht zu dem da drüben außer es gäbe noch eine andere richtung ja ich könnte mich dadurch schiften wieder mal falsch eingegeben der bringt mich nämlich nur hier raus aber nicht hier rein und hier ist auch kein knopf den ich drücken kann und in die richtung werde ich nicht schiften können und in die richtung wo stehe ich gerade gibt es auch nichts wahrscheinlich das secret hier also gehen wir mal zum gaius garden da ging es runter da will ich nicht runter